Moin! Niki aus der Heide und ich bin es Rüdiger! Ja, jeder hat seinen Rüster, ich kann es nur sagen. So, meine Lieben, heute haben wir eine Lesung, na, der arbeitet hier überhaupt nicht mit. Jetzt. Das ist jetzt mein neuestes Buch gewesen, das heißt Moderner Zeitgeist. Und da habe ich in sehr kritischer Art den modernen Zeitgeist einmal angeschaut, weil mir eben aufgefallen ist, dass Beziehungen nicht mehr funktionieren, dass irgendwie Freundschaften teilweise nicht mehr funktionieren, dass die Gesellschaft irgendwie nicht mehr funktioniert. Wenn du im Internet bist, da funktioniert irgendwie überhaupt nichts, da willst du dann irgendwann nur noch einen Irrenarzt und habe das wirklich einmal beleuchtet, was da eigentlich los ist in diesem Zeitgeist. Und soweit ich weiß, hat das vor mir noch keiner gemacht. Der Zeitgeist ist eine Denk- und Fühlweise, also eine Mentalität eines Zeitalters. Er umfasst die vorherrschenden Ideen und Lebensauffassungen einer Epoche, indem er die geistige Eigenart beschreibt, sowie den Versuch, diese gesellschaftlich zu vergegenwärtigen. Es ist dann auf aktuelle Bedürfnisse einer Gesellschaft abgestimmte Geisteshaltung. Weltanschauungen, Werte und die innen verbundene kulturelle Leitidee ändert sich ständig und immer schon und im Fortgang und bildet so den Zeitgeist. Und es gibt keinen Zeitgeist, der einem anderen ähnelt. Das Wort ist eine Determinativ-Komposition aus den Begriffen Zeit und Geist und als Begriffsschöpfer gilt 1769 der Dichter und Philosoph Gottfried Johann Herder. Populär wurde die Wendung Geist der Zeiten 1789 aus der Französischen Revolution und noch mehr in der Zeit des Vormärz, also ab 1815 mit dem Wiederkongress oder ab 1830 genannt die Ära Metternich, die Märzrevolution. Das waren harte Zeiten. Das war durch das Aufkommen eines Nationalismus, Liberalismus und sogar schon Sozialismus gekennzeichnet, sowie die dagegen gerichtete Verfolgung und Verdrückung dieser Ströme, welche auf die Wiederherstellung der alten Mächte zielte. Die Übergangsphase vom Agrarstaat zum Industriestaat brachte massive soziale Missstände auf und die Verarmung weiter Bevölkerungsteile, das nennt sich Pauperismus. Das wurde die charakteristischste Erscheinung dieser Zeit. Die plötzliche galoppierende Verelendung der Arbeiterschicht war für die damaligen Eliten ein völlig unerklärbares Phänomen. Und die ausgebrochene Revolution, frei nach dem Vorbild der Franzosen, wollte die herrschenden veralteten Zustände gewaltsam beenden und traf dann aber dummerweise auf eine Zeit katastrophaler Krisenjahre. Missernten, Hungersnöte, Industrialisierungsbemühungen, Rückgang der Agrarproduktion, Epidemien, Revolten. Die Gesellschaft löste sich auf. Und selbst heute besteht über die rasante Entstehung dieser plötzlichen Massenarmut kein Konsens. Und man vermutet eine Vielzahl beteiligter Faktoren. Und hier wurde der Begriff Zeitgeisen geprägt. Er trägt undrücklich den Stempel von Neu, Umbruch, Revolution. Jetzt klingt das so frei. Zeit und Geist. So. Mein Gott, die Schnarcherei. Er ist ja den ganzen Tag hinter mir hier und schnarcht immer in 30 Zentimeter Entfernung. Schon bei Herder hatte der Begriff aber etwas Einschreckendes und Bleiermes. Insbesondere aus politischen oder religiösen Bindungen befreite Menschen unterwerfen sich dem Zwang des Zeitgeistes offenbar freiwillig und auch unkritisch, weil sie etwas brauchen, an dem sie sich orientieren können, ohne selber denken, fühlen oder irgendwie sich aufwiegeln lassen zu müssen. Und damit sich dann aus Versehen fehlt, aus der Gesellschaft noch auszusondern. Der Zeitgeist regiert immer da unkritisch, wo ein nominatives oder religiöses sich orientieren fehlt. Er tendiert sogar dahin, nonkonformes Denken auszugrenzen und versucht sowohl regulierend auf das Verhalten seiner Mitglieder einzuwirken, als auch von ihnen getragen zu werden. Also das ist schon der Zeitgeist, der weht wirklich durch, der ist schon Basisarbeit. Die mit einem Zeitgeist verbundenen Wertvorstellungen nannte man immer auch epochale Weltanschauung. Heutzutage heißt das so flockig harmlos Mainstream. Und das ist etwas, das wahrscheinlich nur die wenigsten mit epochalen Weltanschauungen oder irgendwie überhaupt so was mit Zeitgeist gleichsetzen. Aber genau das ist damit eigentlich gemeint. Es ist halt das, was alle machen. Mainstream. Und bezeichnet ein extern motiviertes Wertesystem, das von einem Großteil der Gesellschaft unkritisch mindestens getragen, aber auch befürwortet wird. Sich an den Mainstream zu halten, heißt, gesellschaftlich akzeptiert zu sein. Du bist auf der sicheren Seite, wenn du dem Mainstream folgst. Die mit dem Zeitgeist verbundenen Wertvorstellungen umfassten eine über mehrere Generationen ausgedehnte Epoche, so heißt das, aus denen sich zeitgemäße Wertvorstellungen auch definierten. Leben und da hat sich dann eine Weltanschauung gefestigt, welche auch durch Leitbilder und Rituale geprägt wurde und so entsteht eine Kultur, die sich durch bestimmte Lebensgefühle, Denkweisen, Aktivitäten ausdrückt und die von vielen entweder imitiert oder auch wirklich gelebt wird. Zunehmend werden die Zyklen des Wertewandels und neuen Zeitgeistes immer schneller, was zu gravierenden Generationskonflikten führt, weil die Veränderungen immer krasser und radikaler werden. Die Zeiten, dass Epochen sich über nur mehr als eine Generation erstrecken, sind vorbei. Drei miteinander lebende Generationen können oft nicht einmal mehr funktionierend kommunizieren, weil alle Werte überbaue und auch Teile der Umgangssprache heute bereits zerstört sind. Das war das zum Zeitgeist und ich habe das jetzt einmal aufgereppelt über fünf Generationen in Deutschland. Die Urgroßeltern die waren geboren mein Gott er tut überhaupt nichts hier. Die waren geboren im viktorianischen Zeitalter ungefähr 1880. 1880, 1890. Da sind unsere Urgroßeltern her. Die Alpvorderen wurden im Zeitgeist schon allein durch zwei Weltkriege erschüttert. Der erste trieb unsere Urgroßeltern mit der Schubkarre voll Geld zum Brot kaufen. Es gab schließlich die Notmünze mit einem Nominalwert von einer Billion Mark. und Papiergeld mit 100 Billionen Mark was einem Wert von 100 Renten Mark entsprach. Diese Inflation dauerte von 14 bis 23 und nannte sich Hyperinflation. Es war die radikalste Geldentwertung einer großen Industrienation. Etwas Vergleichbares hat es nie mehr gegeben. Sie ist entstanden durch einen ganz dummen Denkfehler, weil die Regierung die umlaufende Geldmenge komplett massiv ausgeweitet hat in der Weimarer Republik und versuchte damit den Staatsschulden auszukommen. Ja, kurz gesprungen, Alle angesteuerten Gegenmaßnahmen zusammen mit dem beginnenden Krieg verschärften die Armut nur noch mehr und die verschwindende Kaufkraft immer weiter. Ein wesentlicher Teil der Mittelschicht fand sich schließlich ohne Arbeit in Armut wieder und fühlte sich von der Weimarer Republik völlig betrogen. Die Hyperinflation führte schließlich zu einem teilweise Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft und des Bankensystems. Einen solchen Zeitgeist kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Erst Hitler beendete das große Elend, weil er die Währung stabilisierte und für Arbeit durch den Beginn des Zweiten Weltkrieges sorgte. So gelangte er an die Spitze. Der Zeitgeist unserer Urgroßmütter ist gekennzeichnet von großer Angst und Not, aber auch von großem Übermut und Lebensfreude. Sie rebellierten gegen ihre Urgroßeltern durch durch die revolutionäre Musik wie Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätte und bereits ansatzweise sozialdemokratischen Gedanken gut. Junge Frauen fuhren ungehemmt mit fliegenden Röcken Fahrrad und zeigten ihre Fußknöchel. Sie schnürten sich nicht mehr in Mide ein und trugen offenes oder sogar kurzes Haar und Uhren am Handgelenk wie amerikanisch. Sie schüttelten nachts mehrere von Paletten zu wildem Klang von Charleston und rauchten ungehemmt aus langen Zigarettenspitzen und einige ließen sich sogar in gewagten Badeanzügen fotografieren. Schocking! Eine Revolution! Der Zeitgeist des weiblichen Freiheitsbegehrens der Auflehnung gegen das althergebrachte Patriarchat und der beginnenden Emanzipation das haben wir unseren Urgroßmüttern zu verdanken. Was für ein Mut! Was für eine Aufruhr! Eine Revolution unter den Geschlechtern der französischen Revolution und dem Vormärz nicht unähnlich. Liberté! Fraternité! Egalité! Nieder mit den verstaubten Regeln und Normen! Diese mutigen Frauen läuteten eine neue Zeit ein die das Angesicht der westlichen Welt für immer verändern würde. Haltet einen Moment inne und dankt unseren Urgroßmüttern. Ihr braucht nicht glauben, dass die herrschaftsgewohnten Altmänner in marisianischer Kriegskultur die durch erzungenes Duckmäusertum und Gewalt ihre Hausstände regierten, das so fraglos hingenommen haben. Wie im Vormärz kämpften sie darum, ihre vorherige Machtposition wieder einzunehmen und das ging nur durch Unterdrückung. Und noch immer gibt es Spuren dieser gescheiterten Offensive, die sich nicht mehr aufhalten ließ, einfach weil eine neue Zeit gekommen war und all diese alten Säcke einfach wegfegte. Es bestehen immer noch medizinische Bücher aus dieser Zeit, in denen die tierische abstoßende unmenschliche Hässlichkeit des weiblichen Geschlechtsorganes ausarbeitet wird. Und in unserer Sprache den größten Kulturspeicher, den wir besitzen, ist zu beobachten etwas, das sich Pionisierung nennt. Damit gemeint ist die verbale Abwertung des Weiblichen. Es gibt nur noch einen einzigen Ausdruck, der von Respekt zeugt. Das ist die Dame. Alle anderen sind entwertet und sexuell abgewertet, vom Mädchen bis zur Jungfer. Frauen sind immer noch weitaus seltener in einflussreichen Positionen, sie verdienen im Schnitt weniger und außerdem werden Frauen aller Altersklassen so massiv sexuell belästigt, wie in keiner anderen Zeit zuvor. 60% aller heutigen Werbung ist frauenfeindlich, da sie sich sexuell auf die Frau fokussiert. Die nächste Generation, unsere Großeltern. Wie schon im Ersten Weltkrieg als Kind aufgewachsenen Großeltern, also die sind geboren ungefähr 1920. 1910, 1920, 1900, ja, das ist die Zeit, 25 vielleicht. Die wurden in der Schule noch mit dem Rohrstock auf die Hände geschlagen und mussten mit der Eselsmütze auf dem Kopf, mit dem Gesicht zur Ecke stehen, wenn sie sich irgendwie dumm genommen hatten in der Klasse oder, wenn es wirklich hart war, zum Büßen in den Kerzer. Das war eine Gefängniszelle. Und sie wuchs in einem Zeitalter der Industrialisierung auf, es war der Übertritt vom Agrarstaat in die Industrie, da um die Jahrhundertwende und sie staunten über kilometerhohe rauchende Fabrikschlote, die überall wie Pilze aus der Erde schossen. Sie gingen ins Kino und belachten Heinz Rühmann, der eigentlich gar kein Schauspieler sein wollte, weil er sich selbst für völlig unbegabt hielt mit seiner näselnden Automatenstimme. Heinz schrieb damals Zeitgeist mit seinem melancholischen, leisen und hintergründigen Humor. Und das Publikum liebte ihn, obwohl er es hasste, ein Schauspieler zu sein. Und er war einer der wenigen, der Hitlers harter Zensur entkam. Auch Leni Riefenstahl schrieb am Zeitgeist, sie war eine Filmregisseurin im Dienst der Propaganda. Unter dem Titel Olympia veröffentlichte sie eine zweiteilige Dokumentation über die Sommerspiele 36 in Berlin. Der Film wurde über die Maßen als ästhetisches Meisterwerk gelobt, noch heute. Es ist sehenswert, sehr sehenswert. Aber er wurde genauso hart für seine propagandistischen Ideologien gerübt. Sie filmte später sogar live Hitlers Überfall auf Polen am 1. September 1939. Unprovoziert als erlogener Vergeltungsschlag ausgeführt. Hitler sagte dazu im Radio Ab heute wird zurückgeschossen. In Polen hat überhaupt keiner auch nur eine Tammnadel fallen lassen. Es war alles gelogen. Trotz ihrer klaren Einbindung und Gesinnung wurde sie aber in der Entnazifizierung lediglich als Mitläuferin eingestuft. Mit der Karriere war es aber essig. Und schon brach nur 21 Jahre später der Zweite Weltkrieg 1939 aus und die Großeltern hatten schon den Zweiten Krieg am Ärmel. Mit dem deutschen Überfall auf Polen begann am 1. September Hitlers Ziel der Eroberung des Lebensraums im Osten. Weltweit kosteten die siebenjährigen Kämpfe mehr als 30 Millionen Menschen das Leben. Dabei wurden mehr als 6 Millionen Juden ermordet und 50 Millionen Menschen verloren das Leben. Was? 30? 50, nicht 30, ich habe falsch gelesen. 60 Staaten waren beteiligt, mehr mittelbar oder unmittelbar und 110 Millionen Deutsche standen unter Waffen. Da kann sich der Mensch mehr vorschlagen. Wo der Erste Weltkrieg allein an den Fronten und auch noch Mann gegen Mann, die hatten ja eine Pike teilweise am Gewehr und haben da gekämpft. Zwischen Soldaten sich abgespielt hatte, verlagerte sich diese Schlacht nun als Luftkrieg über die Städte sowie gegen Greise, Frauen und Kinder gegen Zivilisten. So etwas hatte es überhaupt noch nie gegeben. Es war mir nicht möglich, lupenrein zu recherchieren, wer damit schlussendlich wirklich begonnen hatte. Verdachtsweise waren es die Engländer. Wenn ihr das wisst, schreibt es bitte in die Comments rein und macht uns schlau. Die Luftschlacht über Deutschland begann am Nachmittag des 10. März 1940, als zwei motorige Flugzeuge fast 70 Bonden auf Freiburg im Breisgau abwarfen. Es starben 57 Menschen und wirklich tragisch war der Tod von 20 kleinen Kindern, die sich ausgerechnet in die Köln-Mauerer-Straße 7 geflüchtet hatten, die dann komplett ausgebombt wurden. Neun Maschinen waren in drei Ketten gestartet, von denen eine sich schon unterwegs verloren hatte, weil die sich völlig verflogen hat und nur eine Kette gelangte in den Schwarzwald, wo dichte Gewitterwolken lagen. Und diese drei Piloten haben völlig die Orientierung verloren, kreisten eine Stunde irgendwie da rum und sahen dann in 2000 Meter Höhe, wie sie glaubten, ihr Ausweichziel Dole Travaux in Frankreich. Nach ihrer Landung zurück im heimatlichen Flughafen stellte man dann allerdings fest, dass Deutschland den beginnenden Luftkrieg leider gegen sich selbst geführt hatte. Diese drei Flugzeuge hatten Freising abgeschossen und nicht Dole Travaux. Als Göring davon erfuhr, sagte er, dieser Feldzug fängt ja gut an. Die Luftwaffe und ich haben sich schwer blamiert. Wann genau Hitler von diesem peinlichen Patzer erfuhr, ist nicht überliefert. Aber er wusste Bescheid, als er im Juli 40 vor dem Reichstag den Luftangriff auf Freiburg bezeichnete. Also wieder die gleiche Scheiße wie mit Polen. Greift sich selber an und erklärt den Krieg. Wahnsinn, Wahnsinn. Am 12. Mai 1940 fielen die ersten britischen Bomben auf eine deutsche Stadt, nämlich Mönch in Gladbach. Und am 10. Mai hatte man vorher schon gezielt Wilhelmshaven das Kriegshafen bombardiert. Und damit begann der Luftkrieg über Deutschland. Junge Paare, Familien wurden auseinandergerissen und viele sahen sich danach mehr wieder. Die Männer fielen an den Fronten oder gerieten in Russland in Gefangenschaft. Die Frauen wurden ausgebombt, teilweise vergewaltigt und von den Alliierten schließlich als besiegt besetzt. Danach fingen sie an, in kilometerlangen Ameisenketten die Trümmer mit ihren Händen aus den Städten zu tragen. Und dabei sangen sie ein Mann. Dabei blieb es aber nicht. Vor im und nach dem Zweiten Weltkrieg verloren nämlich insgesamt 60 Millionen Menschen in Europa ihre Heimat. Die Ideologie zweier totalisierterer Systeme hatte sie alle zu Zwangsmigranten gemacht. Zwischen 39 und 50 fand eine Völkerwanderung statt, die etwa 25 bis 30 Millionen Menschen erfasste und nicht nur aus Flüchtlingen und Vertriebenen bestand. Zehntausende Kinder aus Landheimverschickungen, Hunderttausende Evakuierte, Millionen heimgekehrter Soldaten, befreite KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiter waren durch Europa unterwegs, um in ihre Heimatländer zurückzugehen. Und es war die größte Völkerwanderung seit der Antike. Die stärkste Gruppe war eine 14 Millionen starke Gruppe Deutsche, die zwischen 44 und 50 aus der Flucht und vor der Vertreibung aus Ost-Mitteleuropa der Roten Armee zum Opfer gefallen war. Und zwar die sogenannten Sudetendeutschen aus Schlesien und im ganzen Umlauf. Die Lebensbedingungen dieser Menschen waren katastrophal und es starben von zehn Kindern unter einem Jahr neun. Wahnsinn. Wahnsinn. Dann waren viele obdachlos, unterernährt und irrten herum und da haben sich dann auch noch Seuchen gebildet, wo dann noch ein Massensterben einsetzt und die ganzen Leichen da abgewrackt an den Strang. Und in Folge von Flucht und Vertreibung lebten im geteilten Deutschland bald doppelt so viele Menschen pro Quadratkilometer wie vor dem Krieg. Und dabei nahm die Republik etwa acht Millionen Vertriebene auf, was einem Bevölkerungsantrag von 16% entsprach und die spätere DDR vier Millionen, was einem Bevölkerungsanspruch von 25%, also jeder Vierte das ist eine Masse Zeugs. Die Integration hatte eine regelrechte Bevölkerungsverschiebung zur Folge und trotzdem ist nicht allen die Flucht auch gelungen. Also wir wissen zum Beispiel, dass es ein Progrom gab zwischen dem 3. und 7. Juli 1945 auf dem Kasernengeländer in Postolpüttri im Nordwesten Tschechens und da wurden mindestens 763 deutsche Männer zwischen 12 und 60 auf einen Todesmarsch gezwungen, gefoltert und dann erschossen. Als Begründung für dieses Massaker nannten die Tschechen der Kampf zur Wiedergewinnung der Freiheit und die gerechte Vergeltung für die Taten der Okkupanten oder ihrer Helfer-Schefer. Und die amtierende Exilregierung in London befand das Massaker für nicht widerrechtlich. Ist ein guter Zeitgeist, oder? Aber es kam weder im Westen noch im Osten Deutschlands zu irgendeiner reibungslosen, schmerzfreien oder gar harmonischen Integration dieser ganzen Flüchtlinge. Das braucht ihr nicht glauben. Thematisiert wurde das aber nicht. Bei der Ankunft wurden diese bereits mit Verachtung konfrontiert und trotz deutscher Sprache, sie hatten das rollende als Polacken beschimpft. Die furchtbaren Erlebnisse dieser vertriebenen Flüchtlinge, die alles verloren hatten. Viele waren unterwegs auf diesem Marsch auch einfach gestorben, weil wenn du krankst und losläufst, kommst du gesund bestimmt nicht an. Man hatte selbst genug Probleme und wollte die da gar nicht haben. Als hätte keiner aus der Akte Hitler irgendwas gelernt, kam es zum offenen deutschen Rassismus gegen die deutschen Vertriebenen. Das waren nicht mal Juden, das waren Christen, das waren Deutsche. Und insbesondere in Schleswig-Holstein, wo die Bevölkerung sich fast verdoppelt hatte, sind zahlreiche Beispiele puren Hasses überliefert. Gesokse, Flüchtlingspack, Ostpack, in the Nordsemitar Shit. Muss man sich mal vorstellen. Die hatten genau das gleiche erlebt, die standen unter einem Totalitär System, waren weggetreten, die hatten auch alles verloren und dann Polacke, der Deutsche, der hat schon, der kann schon was. Abwehrhaltung, es wurde diskriminierend nationalsozialistisch, wie gerade erst gehabt, gegen diese Untermenschen aus dem Osten gehetzt. Die Flüchtlinge mussten hinausgeworfen werden. Das war eine Rhetorik, die durchaus mit Provaganer Parolen vergleichbar war. Und die Bauern müssen dabei tatkräftig mithelfen, schärfte Jakob Fischbacher, ein Mitbegründer der Bayern-Partei, seinen Bauern ein. Es sei eine Blutschande, wenn ein Bauernsohn eine solche blonde Dirne heiratete. Am besten schickst du mal die alle nach Sibirien. Solche Wutreden waren keine Seltenheit und die Leute hörten ihm zu, genauso wie sie Hitler vorher zugehört hatten. Deutscher Zeitgeist. Ist übrigens noch nicht sehr lange her. Witzig war es für den Gastgeber aber auch nicht, denn die Flüchtlinge, es gab nicht genug Platz. Plötzlich verdoppelt sich die Gesellschaft, Häuser wachsen auch nicht aus dem Boden raus. Wir waren ja gerade alle weggebombt. Wohnungsbeschlagnahmen, Zwangseinquartierungen und andere Maßnahmen führten zu sehr schweren Verwerfungen. Und dann kam dazu noch der Lastenausgleich. Die Vertriebenen erhielten als Wiedergutmachung für ihr verlorenes Eigentum von den Einheimischen, die ja selber alle schwere Kriegsschäden erlebten hatten und die wirtschaftlich alle am Ärmel waren, die Hälfte deren Vermögens gestreckt auf 30 Jahre. Ja, dass das nicht unbedingt Freude macht, ist klar, oder? Und wer auf so eine unmenschliche Idee gekommen ist, die vom Krieg ausgebluteten, besiegten Deutschen erst mit Vertriebenen Zwangs zu evakuieren und ihnen dann noch die Hälfte von ihrem Eigentum wegzunehmen, also entschuldige, dass dann keine Harmonie herrscht, ist eben klar, oder? Also wie gesagt, das hat nie funktioniert und sie waren nie etwas anderes als ein Besatzungsproblem und Parasiten. Das Schicksal der Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft wurde weiterhin verdrängt und das zumeist bis heute. Und ich muss sagen, ich habe in meiner Arbeit schon einige Nachkommen von Sudeten, deutschen Flüchtlingen aus Schlesien kennengelernt, das sind alles wundervolle Menschen mit einer sehr großen Freundlichkeit und Ruhe. Die sprechen aber nicht. Sie sagen, es war eine schwere Zeit, es war eine harte Zeit und wir sind alle froh, dass wir es überlebt haben. Mehr sagen die nicht. Das war der Zeitgast unserer Großeltern. Viel Raum für fluffige Heiterkeit, Auflehnung und Revolte war da also mal nicht. Und so kam es, dass sich fast jeder nur um sich selbst kümmerte und die versuchten, sich irgendwie durchzuwursteln und die Füße an den Fußboden zu kriegen. Und der Zeitgeist, in dem diese Menschen lebten und was der aus ihnen machte, das kann man in heutiger Sicht aus, heutiger Sicht, wenn man dorthin guckt, diese 50 Jahre, das kann man gar nicht begreifen, wenn man da nicht bei war. Viele Frauen ahnten ja nur, dass sie wohl waren, weil ihre Männer in Russland einfach verschwanden. Sie haben oft bis in die 50er Jahre hinein gehofft, dass sie doch eines Tages noch aus aller möglichen Gefangenschaft wieder zurückkehren. Aber wenn sie in einer Schlacht verloren gegangen war, war das nicht wahrscheinlich. Aber was für ein Leben, ja? Du denkst immer jedes Mal ins Klingel, das könnte ein Mann sein, der aus Russland kommt. Scheiße, scheiße. Meine Güte, jetzt hör doch mal auf zu schnarchen. So, und wer überlebt hatte, war zumeist lebenslang traumatisiert. Der verfluchte den Krieg, der irgendwie nicht mehr enden wollte und in dem ein Mensch auch oft notgedrungen zum Tier geworden war. Und aus dem er selbst, aus dem für ihn protectierten Massengrab, irgendwie als Bleistiftzeichnung wieder auferstanden war. So sprechen Veteranen. Das Grauen in Russland hatte sie schlicht zerrissen. Und die Veteranen sagen, die ganze Sache wäre ja ohne Bedeutung, wenn ich tot wäre. Weil dann hätte ich alles erledigt. Aber ich bin eben nicht tot. Ich bin nur halbtot. Und ich habe sogenanntes Glück gehabt, dass ich mit dem halben Tode nur davongekommen bin. Aber der Rest von mir, den Frost, Krankheit und Läuse nicht gefressen haben. Der lebt nicht wirklich. Schulz schreibt, wer dies liest, hat den Vorteil, dass er meine Auferstehungsrede angewidert aus der Hand legen kann. Denn es braucht ihn nicht zu interessieren, warum der eine ganz tot und der andere nur halbtot ist. Der ganz tot hat alles erledigt. Ich, der halbtot bin, bin nicht mehr imstande, etwas zu erledigen. Ich schreite nicht mehr. Ich taumele. Ich bin immer ernst. Ich beteilige mich an nichts mehr. Und wer mich mitnimmt, muss sehen, wie er mit mir klarkommt. Meistens gehe ich weg. Ich bleibe einfach auf der Landstraße, an einem Baum gelehnt. Stehen, still. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue in eine Zeit, die ich gesehen und nie mehr werde vergessen können. Die unbewältigbare NS-Vergangenheit unserer Großeltern hat ihre Kinder, unsere, also meine Eltern und auch ihre Enkel, mich geprägt. Die NS-Geschichte zu verstehen heißt gesellschaftliche, persönliche Auseinandersetzung mit Täter, Opfer, Mitläufer Generationen. Klitzeklanzproblem. Was an den Kriegsfronten als Besatzer oder Gefangener erlebt, erlitten wurde, wird nicht erzählt. Jedenfalls nicht uns. Das sind Generationen der Schweiger. Wir wissen nicht, wie viele Menschen unser Großvater getötet hat. Freiwillig, bewusst, lustvoll weinen oder unter androhend seiner eigenen Exekution. Wir wissen nicht, ob er an Judenerschießungen beteiligt war und was er dabei fühlte. ob er kleine Kinder lebend in die von ihnen selbst ausgehobenen Gräben geworfen hat, in dem schon seine erschossenen Eltern lagen. Wir wissen nicht, ob er zum Krieg gezwungen wurde oder ob er ein überzeugter Nazi war. Wir wissen nicht, ob er desertierte oder ob er voller Überzeugung für den Führer und den Nazi kämpfte. Er sagte kein Wort darüber. Ich habe meine beiden Großväter kennengelernt, bis ich, also der eine lebte, bis ich 19 war. Der war in Stalingrad in Gefangenschaft geraten und ist erst Anfang der 50er wiedergekommen. und der andere Opa hat ein Bein in Leningrad geliefert. Und da war ich sechs, als er ging. Ich habe nie ein Wort gehört. Nie. So. Er begrubt das alles in sich und sprach, wenn überhaupt, nur noch mit seinen Veteranen darüber. Tatsache ist, siebeneinhalb Millionen Mitglieder hatte die Nazi-Partei. Die haben nicht alle persönlich mitgemacht, aber sie haben zumindest tatenlos zugeschaut und haben irgendeine Form von Zustimmung erzeugt. Mitglieder. Ja. Und die haben auch zugeguckt, die ein zufälligerweise sehr wohlhabendes Volk, nämlich die Juden, wegen erfundener religiöser Attacken, zuerst enteignet, dann ausgeplündert und dann vernichtet wurde. Kale Surprise. Tatsache ist, es gab viele deutsche Männer, die gerne auch in den sogenannten Todesmühlen an der Judenvernichtung beteiligt waren. Ich habe nicht recherchiert, wie viele Angestellte in den Konzentrationsligern an der Tötung mittel- oder unmittelbar beteiligt waren. Aber alleine in Auschwitz waren 1940 10.000 Angehörige der SS als Wachmannschaft oder Aufseher eingesetzt. 10.000. So, das waren alles Deutsche, die sich gerne auch an deren Hab und Gut bereicherten und denen es eine Freude möglicherweise auch war, zu töten oder zumindest dabei zu sein, wenn andere das taten. Das waren Leute wie Goebbels, die ein ganzes Zimmer mit Möbeln, Lampen und Büchern, sogar meinen Kampf, eingerichtet hatten, komplett mit der Haut von getöteten Juden bespannt. Sein Judenzimmer. Das sind Leute wie Hitler, der sein Gemüsegarte mit der Asche verbrannter Juden aus den Konzentrationsligern düngerten. Das sind Vorstellungen, die sind für uns heute so dermaßen grotesk, als hätte sie Alfred Hitchcock gerade am Schreibtisch für Hollywood erfunden. Das kann man sich nicht vorstellen. Nicht vom Kopf und vom Herzen schon gar nicht. Und wir wissen auch nicht, ob unsere Großmutter geplündert hat, ob sie in den Trümmern nach Wertsachen grub und dieser heimlich vortrug, um ihr Kind zu ernähren. Wir wissen nicht, ob sie sich den Alliierten angeboten hat für ein Butterbrot und ein bisschen Milch. Wir wissen nicht, ob sie sich an der Judenverfolgung beteiligt hat, ob sie gegen diese Menschen gehetzt und gepetzt hat. Oder ob sie einfach nur die Uhren zugeklappt hat, als die Nachbarn, die Rosenbergs, deportiert wurden. Wir wissen nicht, was sie dachte oder tat, wenn Züge zerlummter, unterernährter Zwangsarbeiter an den Fenstern vorbeischlurften. Wir wissen nicht, ob sie ihnen Brot oder Äpfel zuwarf. Wir wissen ja nicht mal, was sie von den Juden hielt, ob sie dem Regime zustimmte und ihre Vernichtung bejahte oder einfach nur still und hilflos darunter litt. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was sie dachte. Ich persönlich vermute jedoch, ich meine siebeneinhalb Millionen Anhänger, dass sich in jeder Familie mindestens ein Nazi aufgehalten haben muss, wie aktiv er dann auch wirklich war. Denn dafür waren es einfach zu viele. Von unserem Familiennazi weiß ich sogar. Es war der Onkel Adi, der Adolf. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber ich traf auf ihn, weil ich einmal meine Großmutter väterlicherseits fragte, warum der rechte Esszimmerstuhl auf der linken Seite eigentlich so dermaßen zerschlagen war. Sie druxte herum. Ich meine, es war eine Dame mit Geburt 1910, die war noch richtig gut erzogen. Und dann musste sie lachen. Und dann sagte sie, das war dein Großonkel Adi, der Mann meiner Schwester Leonie. Der hat in den 60ern immer noch den NS-Ehrendolch getragen und bestand darauf, dass er ihn nur im Schlaf ablegen dürfte. Den haben sie nachher noch mit dem Ding begraben. Verstehe. Nazi! So, überliefert ist aber nicht, was er mit seinem NS, mit seinem SS-Ehrendolch alles so aufgeschlitzt hat. Das wurde dann nicht. Mein Kampf war das am weltweit häufig verliebteste Buch und stand wahrscheinlich in jedem Haushalt, wurde aber nach höheren Erhebungen von maximal 5% aller Bürger überhaupt auch nur mal angelesen. Da es ständig in den Zeitungen zitiert wurde, war man aber auch ohne direkte Lektüre irgendwann schon mal ein bisschen im Bilde. Das Buch enthält Hitlers Autobiografie, seine Weltanschauung und ist eine Propagandaschrift, die zum Neuaufbau der NSDAP unter Hitlers Führung dienen sollte. Ein Werbemittel ist es, ne? Und sie entstand nach dem gescheiterten Putsch 23 während seiner Festungshaft in Landsberg und sollte einen geschlossenen Gegenentwurf zum Marxismus präsentieren und ihn selber als den idealen Führer. Der zweite Band wurde 228 geschrieben, aber nicht veröffentlicht, weil schon der Verkauf vom ersten Band ziemlich schleppend verlief. Das publizistische Echo war zurückhaltend. Die Auslärzzahl der öffentlichen Bücherei aber komischerweise deuteten darauf hin, dass es zumindest oft ausgeliehen wurde. Aber wen auch immer man interviewt hat damals, die wussten nicht wirklich, was da drin stand. Ich habe es gelesen. Also ich habe es nicht im Original gelesen. Es ist ja mittlerweile wieder erhältlich. Ich habe eine redigierte, zensierte Version gelesen mit Kommentaren. Und ich kann nur sagen, wer das Buch gelesen hat, der hat nicht so da gestanden. Der hat so da gestanden. Ehre. Einfach Ehre. Das alles hat unseren Zeitgeist bis heute geprägt. Das ist unser Erbe. Und wir wissen nicht mal, wer genau unsere Großeltern eigentlich waren. Ich meine, das ist zwei Generationen zurück, wofür sie standen, wie groß ihre persönliche Beteiligung an diesem Jahrtausendverbrechen war. Und wenn wir unsere Eltern danach fragen, wissen die es meistens auch nicht. Oder behaupten es zumindest. Ich glaube, dass so ein Krieg Menschen immer massiv verändert, traumatisiert und zerstört, in einer Weise, wie sie es selber nicht für möglich gehalten hätten. Es gab einen unglaublichen Gruppendruck und eine unglaubliche Verformung des Volkskörpers, sowie der Volksseele. Ich glaube übrigens gar nicht, dass uns ein Urteil über das zusteht, was damals geschah und geschehen musste. Wir waren ja gar nicht dabei. Wir haben das gar nicht erlebt. Und hier eine kleine dankbare Gedenkminute für unsere lieben Großeltern, egal wer sie nun waren. Sie haben als Opfer zwei Kriege überlebt und haben trotzdem nicht aufgegeben. Wir verbinden uns eine Minute mit diesem unfassbaren Leid, das sie unschuldig ertragen mussten. Und wir danken ihnen, dass sie das Deutschland, wie wir es heute kennen, mit ihren eigenen Händen aus dem Schutt, aus dem Nichts aufgebaut haben. Das waren unsere Großeltern. Sie sind die Kräfte des Wirtschaftswunders, auf denen wir heute noch stehen. Sie haben nie den Mut verloren, haben nie aufgegeben. Danke. Für uns, für Deutschland. Danke. Die Eltern. Die Kinder unserer Großeltern, das sind unsere Eltern, die Kriegskinder des Zweiten Weltkrieges. Das waren solche, die viele Nächte weinend in den Bunkern verbringen mussten, über die die Engländer stundenlang ihre Bomben abwarfen. Meine Mutter kam 43 aus der Feuernacht aus dem Bunker und dann war Warnbeck weg. Weg. Warnbeck gab es nicht mehr. Muss ich mir mal vorstellen. Mit vier. Weg. Die aßen ständig Möhren und Kürbis, waren alle dürrige Spenster, trugen mehrfach gewendete Kleidung, wurden teilweise in der Schule von den Schweden notgefüttert. Sie lebten in der Jaffa-Kultur, also in aus orangen Kisten zusammengezimmerten Möbeln. Spielzeug lief frei um, Süßigkeiten gab es fast nie. Dann kam Adenauer und mit ihm erholte sich die Wirtschaft, als die Trümmerfrauen Deutschland wieder aufgeräumt hatten. Diese Kinder wuchsen auf mit dem Slogan. Hast du was? Dann bist du was. Pack's an. Sie tanzten als junge Leute zu Hotten-Totten-Megamusik, sprayten sich die weißblond gefärbten Haare betonfest, fuhren Vespa, schminkten sich dramatisch, schnürten ihre Büsten zu Spitzbergen hoch, rauchten in aller Öffentlichkeit. Die etwas Jüngeren nahmen dann gern mal Drogen, trugen meterhohe Plateausohlen zu hautengen Hosen mit weitem Schlag, bauchfreien Tops, hatten offene Haare bis zum Hintern. Und auch den Männern, die meistens unrasiert waren, hing die Matte fettig in die Augen. Sie erzogen ihre Kinder nicht mehr, weigerten sich, Ältere zu sitzen, mochten nicht heiraten, wählten SPD oder gar nicht, boykottierten Krieg und feierten die freie Liebe. Viele von ihnen verloren dann in den 60ern völlig die Fassung und dann auch gleich noch die MBH. Ihre Generation erlebte die erste bemannte Mondlandung am 20. Juli 1969 und verfolgte atemlos an den Bildschirmen die Ankunft von Apollo 11 auf unserem Nachtgestirn. Ein neues Zeitalter der Technologie begann. Der Zeitgeist war wieder der des Aufbruchs. Weg von den verstaubten Moralvorstellungen, überkommen einengende Verhaltensdiktate. Tabus und alte Moralvorgaben wurden einfach aufgelöst und ihre Übertretung war sogar obsolet. Es war eine stillere Wolte, die sich sehr über Musik, Mode, Gesinnung, Politik, Gefühle und Psychologie auslegte. Es war ein Zeitgeist, ein friedlicher Zeitgeist der positiven Emotionen und echter Gefühle. Die Menschen interessierten sich aufrichtig für das Befinden der anderen, begannen jeden Satz mit Du und das Credo lautete, mach das Innere öffentlich. Ja? Make peace not more. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Solche Lieder sang man in Gruppen auf der Wiese. Sie wollten das eiserne, schweigende Altvorderen brechen, die ihre schrecklichen Erfahrungen in sich eingesperrt hatten. Nichts mehr davon hören wollten. Allesamt eher hölzer miteinander umging. Sie konnten und wollten nicht akzeptieren, dass deutsche Frauen ausgebombt und besetzt waren und deutsche Männer aus der Gefangenschaft in Stalin oder Leningrad kamen, dass die nicht mehr reden mochten. Darum stürzten sie sich schließlich auf die vergessenen Veteranen aus Vietcong. Schon damals nahmen sich da von denen täglich 20 Leben, weil die weder mit ihren schrecklichen Erlebnissen noch mit dem entgegenschlagenden Hass der Amerikaner zu tun kriegten. Die kamen damit nicht klar. Ein gefundenes Fressen für die Du-Du-Du-Gesellschaft, die irgendwas an diesen schrecklichen Kriegen mit ihrer Liebe wieder gut machen wollten. Eine tolle Generation, echte Menschen, ihr Bedürfnis nach Frieden, Liebe, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wirtschaftlichkeit galt ihnen nicht so viel. Halten wir einen Moment inne und gedenken ihnen dankend, dass so viele echte Menschlichkeit versucht hatte, die Welt ein bisschen besser zu machen. Warum, kann ich nicht erkennen, sie doch schlussendlich gescheitert sind damit. Vielleicht sind sie einfach erwachsen geworden. Viele von denen haben aber trotzdem einen voll an dem Bimmel, weil die kollektive Psychotherapie hat irgendwie nicht ganz überall durchgeschlagen. Und das allein schon deshalb nicht, weil man einen Krieg, der mit Bomben gegen Zivilisten ging, einfach nicht verstehen und nicht verarbeiten kann und schon gar nicht Erzkind. Und diesen Hau gaben sie zumindest unerkannt an ihre eigenen Kinder weiter. Wir, die Kinder der Kriegskinder, haben den Krieg sozusagen noch in uns. Man nennt sie die Generation der Schweiger und wir wissen fast nichts. Viele haben sich eine Persönlichkeitsstörung antrainiert. Oft ist es die emotional instabile oder auch ein Borderliner. Auch narzisstische Züge sind gern vertreten. Diese Menschen waren im Familienleben oft gefühlskalt und weitgehend beziehungsunfähig. Und zwar, wenn sie für Woodstock schon zu alt gewesen waren, also die Kinder der Fünfziger, nicht die Kinder der Sechziger. Ihr Erziehungsstil war nicht anti-autoritär, sondern ähnlich autoritär wie der ihrer Eltern. Sie wollten nicht die Freunde ihrer Kinder sein. Sie wollten auch keine Gleichwertigkeit. Sie sahen sich als Versorger. Sie erwarteten Respekt und dass die Kinder immer zu ihnen kamen, nicht umgekehrt. Gefühle und Liebe gab es hier oft nicht. Wenn diese Kinder sich gegen dieses menschenunfreundliche, lieblose Verhalten auflehnten und dann eben nicht kamen, verstarb die Beziehung oft wort- und geruchlos. Wenn wir nun mal nicht wollten, konnte man ja uns nun nicht zwingen. Soweit mal die Eltern. Gedenken wir bitte auch ihnen einen Moment in Dankbarkeit. Sie waren zerschundene, zerschlagene, verhungerte Kriegskinder, die das irgendwie geschafft haben zu überleben und ein normales Leben zu führen. Sie hatten sogar den Mut, selber Kinder in die Welt zu setzen und ihre eigenen Kinder so damals scheiße war. Vermutlich wollten sie alles besser machen. Und sie taten wirklich, was sie konnten. Sie konnten oft leider eben nichts. Und sie wollten das aber nicht bemerken. Darum sind viele in meiner Generation, in ihrer Herkunftsfamilie, leider psychisch und emotional katastrophal gescheitert. Trotzdem, danke, danke, liebe Eltern, danke, dass ihr das alles auf euch genommen habt, dass ihr euch getraut habt, dass ihr immer eures Bestes zu geben versucht habt. Es war genug, macht euch keine Sorgen. Danke. Und die vierte Generation, die Kinder. Ihre Kinder, die Kinder der 70er, nämlich meine Generation, waren komischerweise alle völlig verklemmt, obwohl schon frühkindlich vollständig aufgeklärt. Nach dem Hemmungslosen Vögeln auf Woodstock brach eine Zeit der Unschuld an. Als Kind trug ich Dirndl und Latzhosen. Später waren wirklich alle Jugendlichen mit Parkas und Deutschlandflagge auf linken Oberarm und Arafatüchern uniformiert. Wenn die 7D damals geschlossen im Herbst zum Sport ging, sah das aus wie eine Truppenübung. Wenn man sich das heute mal anguckt, Armeeparker und geringelte Ballettstulpen. Niedlich war auch an dieser extrem militaristischen Kleidung der übliche Make Peace Not War Button mit dem Aufdruck, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Also geistig irgendwie ein kleines bisschen bleifrei geflogen, aber das hat niemand je hinterfragt, soweit ich weiß. In der Pubertät wurde die Kleidung dann züchtig und verbergend. Die Hosen waren alle weit, die hängten extrem lang, Jackettes bis zur Komik an den Schultern aufgeblasen, die Jacken flusterig, wulstig. Wer das nicht mitmachte, war wahrscheinlich ein Popper, die Wiedergeburt der Tetz aus Ende der 50er. Im Rückblick sahen wir wohl alle irgendwie ein bisschen aus wie Michelin-Männchen, in Sancho-Boots mit Wollstulpen. Naja, lassen wir das jetzt. Hauptsache die Haare waren gegelt. Wir waren eine Generation der Unschuldigen, ein Aufschrei ging über die Welt, als Reiter erst Trixis und dann auch noch rauskam, dass George Michael, Colt Severs, YMCA und ausgerechnet Rock Hudson schwul waren. Unsere schöne Heidewelt bekam einen empfindlichen Knarx. Wo die Generation vor uns noch so emotional gewesen war, gerierten wir uns zugeknöpft und wortkackt, weil wir ja so cool waren. Bei uns hieß das Credo Hauptsache Haare schön. Und der Popper hielt mit, die schönste Sache auf Erden ist einfach mal gesehen zu werden. Dagegen. Eine wirklich extrem sozialkritische Gesellschaft. Dabei pflegten wir dennoch aber innige Freundschaften und waren da überhaupt nicht cool, sondern sehr authentisch und sehr emotional. Wir hielten Songs wie im Tretboot für Seenot für Kunst, versuchten an der Wall Street reich zu werden und wollten für uns alle nur das Attribut cool. Wir waren gegen alles, dafür aber voller Weltschmerz, allerdings ohne eigenen Planen und wurden bekannt als die No Future Generation. Unser Zeitgeist war Melancholie, Auflehnung gegen das Establishment, was auch immer das sein mochte. Endzeitstimmung, Kritik am System, was immer das auch sein mochte. Zum ersten Mal kam das Wort Frust dort auf, zumeist von überkritischen Trägern von mit Huftieren bestickten Norweger Pullovern. Keiner nahm es Nena mit ihren 99-Lugballons übel, dass sie unter den Armen nicht rasiert war. Es kam anscheinend schon nicht mehr drauf an. Die politischen Themen waren trotz des kalten Krieges dennoch überschaubar. Der böse Russe, Aids, Perestroika, das war der Umbau und die Modernisierung des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Systems der UdSSR, Glasnost, Offenheit und Transparenz für die Herstellung der Meinungs- und Pressefreiheit in der UdSSR, die RAF, die Schleier-Affäre, Tschernobyl und das Gladbäcker-Geiseldrama. Viele begriffen erst weit nach dem 26. April 86, dass gerade der Übertritt vom Industrie- ins Atomzeitalter stattfand. Erst als der Reaktor im Block 4 des ukrainischen Kernkraftwerks Tschernobyl explodierte und damit die größte Nuklearkatastrophe der Weltgeschichte auslöste, drang bei vielen durch, was mit unserer schönen Erde eigentlich gerade geschah. Das Ereignis erhielt die höchste Kategorie möglicher nuklearer Vorfälle als katastrophaler Unfall der Klasse 1. Ausgelöst wurde dieser durch eine Kette von Willkur und menschlichen Versagen. Er wurde nämlich damals versucht, einen vollständigen Stromausfall zu simulieren, was zu einem unkontrollierbaren Leistungsanstieg des Reaktors geführt hatte, der sich damit schließlich havarierte. Mindestens 43 Menschen wurden dadurch getötet und noch viele Tage später tragt ungebremst Atomstrahlung aus. Diese verwehte sich über Europa, wo Warnungen vor radioaktivem Niederschlag ausgegeben wurden. Wir hatten alle ein Verbot, bei Regen rauszugehen. Der größte Amtsgegner Cäsium mit einer Halbwertszeit von über 30 Jahren. Viele Jahre später wurde vor dem Verzehr von Waldpilzen immer noch wegen Tschernobyls Niederschlägen massiv gewarnt. Wir warfen daraufhin selbstgerecht unseren Halbverubert aus den Kriegstrümmern gekrochenen Eltern vor. Sie hätten unsere Erde kaputt gemacht, anstatt sie uns so unversehrt zu übergeben. Nett von uns. Hier teilte sich dann der Zeitgeist. Es gab den konsumvergötternden Popper mit der Ciao der Redemption-Brille und dem Burlington-Pulli. Es gab den das Establishment-verachtende Hassumane-Mark-Punker mit den rotäugigen weißen Ratten unter der Sprayton-Jädei-Lederjacke und es gab die Atomkraft-Krieg-Autos Umweltverschmutzung verurteilten mit beuligen Wolltüchern behängten Hüsli-Fresser. Ja, und dann gab es den politisch-Liberalen, den Normalo. Diesen erkannte man an dem dunkelblauen, schmalen Wildlederschlips, den breiten Shooterpolstern, den schwarzen Schwanz-20-Den-Strumpfhosen und den Walkman mit ABBA oder Police. Die 90er verstrichen dann relativ zeitgeistlos ohne größere politische Aufwallungen. Lasst uns gedenken an unsere eigene Generation, die über Genies wie Bill Gates und Steve Jobs den Übergang vom Atom ins Informationszeitalter ermöglichten. Sie schrieben unseren heutigen Zeitgeist in Bits und Bytes. Unsere Generation wuchte noch mit Lochstreifen und Telefaxen auf Thermopapier auf. Ich begegnete in der Ausbildung dann heftigen Dingen wie Mikrofilmen und Turbo Pascal und arbeitete schon bald an einem wahren Wirtschafts-PC mit zuerst Gasgrüner und dann Bernstein oder Matt Blauer Schrift. Von da aus war der Sprung zum Windows-PC schnell gemacht und dann kam auch schon der Wandel vom Notebook zum Handy. Wir alle erlebten die Geburt des Internets und haben die gute alte E-Mail nach knapp 20 Jahren schon wieder zu Grabe getragen. Kleine Gedenkminute dieser Generation, die wirklich Unglaubliches geleistet hat, trotz der peinlichen Sache mit den Parkers damals Schwämmchen drüber. Die nächste Generation, die fünfte, das sind die Y-Lons und die Schneeflocken. Nach uns kamen, die wuchsen schon mit dem Handy auf und halten CDs für eine völlig überkommene Erfindung, wo wir gerade neulich noch mit einem Eierlöffel abgespulte Tonbandkassetten und Videobänder wieder aufgedreht haben. Das war erst. Wenn man denen nun sagt, die sollten mal den Hörer auf die Gabel legen, dann gucken die dich an, als bist du nicht ganz dicht. Unsere Verklemmtheit wie einer völligen Entgrenztheit, wie auch Enthemmtheit, und Beziehungen funktionieren entweder überhaupt nicht mehr oder für uns völlig irre. Erstes Treffen, man erzählt sich gegenseitig seine Kindheitstraumen, zweites Treffen, Viehkind, drittes Treffen, Tageslichttest. Ungelogen. Meine Generation, also die Kinder der Kriegskinder, komischerweise diese Generation, hat diese egomanen Narzissten aufgezogen. Eine verhätschelte soziophobe Gesellschaft, die von ihnen rudelnden Helikopter-Eltern aufgezogen wurde und dies nur auf Konsum, Sex und Fun ausgelegt hat. Eine Gesellschaft, die keinerlei mehr von den Werten pflegt, mit denen wir gerade noch alle aufgezogen wurden. Heute sind das nur noch Worthülsen, die Leute um sich werfen, um Likes oder Aufmerksamkeit zu kriegen. Es steht nichts mehr dahinter. Und wo meine Generation sich noch vornehmlich in Klicken organisierte, trifft man heute fast nur noch auf Individuen. Und zwar auf solche, die sich auf nichts mehr einlassen und auf nichts mehr festlegen lassen wollen, weil sie haben Angst vor Einengung, Beschneidung ihrer Selbstwirksamkeit und Fremdbestimmung. Die erste Generation derer nannte man die Generation Y. Sie wurden bekannt für die Pisa-Pleite, dass sie Hartz IV für einen gelungenen Lebensentwurf hielten und weil sie in Vorstellungsgesprächen das nackte Graue hervorhielten. Ihnen folgte die Generation Schneeflöckchen. Die mittlerweile völlig fehlende emotionale und soziale Intelligenz hat dazu geführt, dass sie vollkommen kritikunfähig, dabei aber narzisstisch und glorios sind und eine Gesellschaft von Ich-Pilzen, die allein nicht um den eigenen Nutzen kreist. Diese ganze Generation sitzt einem eminenten Denkfehler auf, nämlich der Määr vom Tellerwäscher zum Millionär. Heutzutage ist die genauso aktiv wie noch alle 1900. Sie glauben an dieses Wunder, weil arbeitslose Hausfrauen wie Rowan Keating einen siebenteiligen Bestseller aus der Hüfte schüttelt und Genies wie Steve Jobs und Mark Zuckerberg kurz mal die Welt mit ihren Erfindungen umkrempeln. Dennoch heißt das aber noch lange nicht, dass in jedem Trottel ein Einstein steht, den man bloß mal zum Spielen rauslocken muss. Rowan ist einer der wenigen Fälle, die tatsächlich ganz alleine in ihrem Schreibtisch es geschafft hat. Ohne ganz massive Portion Glück wäre ihr das aber auch nicht gelungen. Nur weil sie gut spannende Geschichten erzählen kann, hätte sie noch lange kein Bestseller geschrieben. Sie hatte Glück, weil sie genau für ihren Sohn das schrieb, was Millionen andere Menschen auch lesen wollten. Und dann trifft genau der Spirit einer Zeit auf ein Produkt und dann knallt das. Zehn Jahre vorher und 15 Jahre danach wäre nie dasselbe passiert, weil sich dann die Menschen schon wieder für völlig andere Dinge interessieren. Wisst ihr? Das heißt, alle Leute, die Erfolg haben, Glück ist etwas, das kannst du nur haben, aber nicht beeinflussen. Und es ist launisch und ungerecht. Es kommt, keiner weiß warum, und es geht, weiß auch keiner warum. Der eine hat's, keiner weiß warum, und der andere hat's nicht, weiß auch keiner. Alle, die einen übermenschlichen Erfolg hatten, wurden von der Vorhersehbarkeit, Heftigkeit und Plötzlichkeit dieses Erfolges völlig überrascht. Es war, als hätten und das passiert immer dann, wenn Menschen aus Versehen den Zeitgeist anstechen und damit dann give the people what they want machen. Es ist Leuten wie Sean Connery passiert mit James Bond, es Leuten wie Norma Jane Baker mit Marilyn Mondrow passiert und es Heinz Rümer mit Heinz Rümer passiert. Es ist sogar Adolf Hitler mit seinem 1000 jährigen Reich passiert. Es ist nicht gesagt, dass das zehn Jahre später wieder passiert wäre. Er hat genau den Zeitgeist gehabt. Er hat angefangen einen Krieg anzufangen, hat dadurch Arbeit gebracht, hat Geld gebracht, hat Sicherheit gebracht, hat die Währung stabilisiert. Rums war er im Geschäft. Wie oft diese Glückskinder vorher gescheitert sind mit ihren Ideen, wie viel unbezahlbare Hilfe sie gehabt hatten, wie viel Glück. Alle von ihnen erzählen Geschichten von und wenn da nicht, dann hätte nie. Und die Schneeflöckchen ignorieren das und werden noch dazu von den Medien gepusht. Du bist geil, du bist einzigartig, mit genau deinem Talent brauchen wir die Welt. Da warten wir seit letzten Mittwoch drauf. Mach was, tu was, sei besonders. Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar oder das Supermodell hudeln narzisstischen Größenwahn der Jugendlichen heute massiv. Umfragen ergaben, dass kleine Jungs heute nicht mehr Fußballer, sondern Nationalstar werden wollen. Und kleine Mädchen nicht mehr Prinzessin, sondern Kaiserin. Und damit stehen sie jetzt alle im Fernsehen und machen sich völlig talentfrei wirklich zum Löffel. Der Zeitgeist dieser Generation ist schlecht erkennbar. Recherchieren kann ich ihn auch nicht. Schlechte Musik, schlechte Mode, schlechtes Benehmen. Aber das sind die Äußerungen eines Generationskonflikt fürchte ich. Es ist eine Generation, die sich über Schlager schlapplacht, dabei Flatraves aufmacht. Sie finden geils geil, viele sind abhängig von Mass Crystal Speed, Pokes, Cannabis und Alkohol. Wir leben in einer süchtigen Gesellschaft, wie wir es noch nie zuvor gehabt haben. Sie lassen sich höchstens noch auf Freundschaft plus ein, um von einem Partner nicht eingeengt zu werden, genervt oder verletzt. Ihr Zeitgeist ist eine eminente Vermeidung von Berührung und Betroffenheit. Es ist eine Generation von Zombies teilweise. Oder spricht er schon wieder der Generation Konflikt? Sie haben einen Großteil ihrer sozialen Aktivitäten ins Handy verbracht wird. Sie chatten App und skypen anstatt das Leben aber scheinen sie dabei strikt zu vermeiden. Sie lebten schon vor der Corona in einer völlig freiwilligen Kontakt Beschränkung. Ihnen fehlt aber nichts. Und selbst wenn sie mal zu zweit danken kann ich denen jetzt auch nicht weil sie noch nichts nennenswert zustande gebracht haben und ich persönlich ihren narzisstischen emotionsfreien Spirit einfach nur zum Kotzen finde. Naja zwischen Freude und Freude ist die Brückelei vielleicht kommt da noch was nach. Und hier kann man erkennen dass der Zeitgeist sich nur in den letzten 100 Jahren allein schon vier mal komplett ausgehebelt hat. Und wenn man den modernen Zeitgeist einmal recherchiert trifft man nur auf Betrachtungen zu Kunst zur Vorindustrialisierung aber wir haben einen modernen Zeitgeist und bei uns kommen auch einige Härtefälle dazu die keine Generation von uns vorher je kannte. Aus der Reihe jede Zeit hat ihre Plage. Das war die Dichterlesung moderner Zeitgeist. Interessantes Buch sehr interessant. Geschichtsunterricht der etwas anderen Art. Tüdelü!